Ah, die Leute wollen noch mehr Tierlist-Videos sehen. Die gefallen ihnen? Ja, okay, gerne. Oh, hallo Leute, da seid ihr ja schon. Ihr seid ja hier ganz schön fix unterwegs. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Tierlist-Folge auf meinem Kanal. Denn wie ihr sehen könnt, habe ich wieder ein bisschen was vorbereitet. Eine Tierlist, die ich selbst erstellt habe, die ihr natürlich wieder in der Infobox findet und die ihr sehr, sehr gerne selber mal ausprobieren könnt. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze einsortieren werdet. Heute knüpfen wir uns nämlich, ja, die Anfangsszenen, also die Intros der verschiedenen Harry-Potter-Filme vor. Denn vielleicht erinnert sich der eine oder andere, dass wir vor einigen Wochen die End-Szenen bewertet haben. Und da habe ich viele Kommentare von euch bekommen. Yo, Daniel, mach das Gleiche doch nochmal für die Anfangsszenen, die Intros. Und von daher, voila, habe ich eine neue Tierlist erstellt mit folgenden Kategorien. Ganz oben steht direkt Gänsehaut, gefolgt von, okay, jetzt habe ich Bock auf den Film. Mal gucken, was da noch so kommt. Naja, ist ja nur der Anfang. Und ganz zum Schluss natürlich noch das schlechteste Intro eines Harry-Potter-Films. Ja, ich habe mir da tatsächlich ein bisschen was bei gedacht, weil beim letzten Mal hatte ich ja irgendwie eine unterste Kategoriestufe, wo eigentlich nichts einsortiert wurde, weil ja irgendwie alle End-Szenen ganz besonders sind und ich eigentlich ja auch alle mag. Und deswegen habe ich keinen einzigen Kandidaten gefunden, der da rein sortiert wurde. Und da wurde mir auch in die Kommentare geschrieben, Daniel, passt das so ein bisschen an, dass irgendwie überall mal was einsortiert wird? Ja, sonst ein bisschen useless. Wobei ich mir natürlich auch immer denke, es gibt ja auch andere Leute, die das machen. Und vielleicht finden die ja wirklich eine End-Szene komplett scheiße. Aber ich denke, mit dieser Einsortierung sind wir doch ganz gut unterwegs. Ja, die Teile sind hier wieder chronologisch sortiert mit Beispielbildern. Manche davon sind nicht direkt am Anfang, aber es sind halt nur Beispielbilder, Leute. Da haben wir Teil 1, Dumbledore und Minerva McGonagall, wie sie Harry zu den Dursleys bringen. Teil 2, allerdings im Fort Anglia. Die Anfangsszene ist ja doch eine andere, aber wir bewerten die reale, originale Anfangsszene. Nicht die Szene im Fort Anglia. Dann haben wir hier noch Teil 3, Teil 4, Teil 5, Teil 6, Teil 7.1 und Teil 7.2. Gut, ich glaube, das Prozedere sollte klar sein, Leute. Von daher starten wir. Beginnen wir also mit Harry Potter und der Stein der Weisen. Die Szenerie beginnt ja ganz am Anfang mit Albus Dumbledore, der den Ligusterweg hinunterschreitet und mit seinem Ausmacher die ganzen Lichter entfernt. Dann kommt McGonagall, dann kommt Hagrid mit Baby Harry und die drei legen das Baby vor die Türe der Dursleys. Ja, eine meiner Meinung nach sehr atmosphärische Szene. In den Büchern war es ja ein ganz kleines bisschen anders. Da fing das Buch ja mit der Geschichte der Dursleys an, also deren normaler Alltag, wo Harry eben noch nicht bei denen war, hat eben die Charaktere so, hat so ein bisschen die Charaktere vorgestellt. Ich muss aber sagen, im Film hat mir diese Reihenfolge doch ein bisschen besser gefallen, weil man so direkt diesen magischen Input bekommen hat, gemerkt hat, okay, hier geht es um Zauberei und so. Und die Geschichte der Dursleys wurde ja dann nachträglich nochmal erzählt, als Harry dann schon ein bisschen älter war. Oder zumindest die Charaktere wurden da vorgestellt. Also insgesamt schon ein sehr, sehr schönes Intro. Ich glaube, ich würde es jetzt erstmal auf, okay, jetzt habe ich Bock auf den Film packen. Doch, ich glaube, da passt es ganz gut hin. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ja, der ganze Film beginnt damit, dass Harry das Buch durchblättert, was er von Hagrid in seinem ersten Schuljahr am Ende geschenkt bekommen hat. Also mit seinen Eltern und dem ganzen Kram. Und ja, was soll ich sagen, Leute? Ich muss bei dieser Intro-Szene vom zweiten Teil immer an Caddys Harry Potter und der geheime Pornokeller denken. Und hör auf, damit er sich nicht zum Aushalten. Alter, halt den Schnabel. Du sollst den Schnabel halten. Hey, wenn ich eine Latte habe, dann muss ich ihn runterwichsen. Ja, aber kannst du nicht für diese schreckliche Musik ausmachen? Ey, das ist ein Klassiker. Ach, die schwacht die Musik aus, du Potzao. Ja, also, naja. Aber ansonsten tatsächlich ein eher entspanntes Intro. Ich mag es, dass so eine Verknüpfung geschaffen wurde zwischen dem ersten und dem zweiten Teil, eben weil der erste Teil mit dem Buch endete. Und der zweite Teil beginnt wieder mit diesem Buch, wie Harry da durchblättert. Und ich mag diese, ja, diese Verbindung sehr. Aber ansonsten war es jetzt nicht so mega spektakulär. Von daher würde ich sagen, mal gucken, was da noch so kommt, ja. Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ja, wir sehen Harry Potter wieder im Zimmer der Dursleys. Und er versucht den Lumos Maxima-Zauber, eine Hausaufgabe, die er in Hogwarts aufbekommen hat, die er üben soll. Das Problem ist natürlich, die Dursleys sind gar nicht scharf darauf, dass er zu Hause Magie übt. Und an sich ist es auch gar nicht erlaubt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Es ist ein leichter Kanonbruch da an der Stelle. Oder beziehungsweise ein Logikfehler. Aber nichtsdestotrotz versucht er sich da eben unter der Decke dann diesen Zauber zu wirken. Ab und zu kommt dann Vernon Dursley rein. Und ich finde vor allem diesen Schwenk zum Harry Potter Logo mega cool, wo er dann den Lumos Maxima wirklich zaubert. So einen riesen Lichtstrahl aus dem Fenster bricht. Und sich dann quasi, ja, dann den Schriftzug Harry Potter beleuchtet. Es ist schon episch gemacht. Ich glaube, ich packe es aber noch mal hier zu. Es ist jetzt tatsächlich nicht eines meiner Lieblingsintros und da gefallen mir andere doch schon ein... Oder soll ich es doch... Ne, ich packe es da hin, Leute. Ich bin heute ein bisschen kritisch unterwegs, aber naja, alles im Verhältnis, ne? Harry Potter-Intros sind alle toll, aber ich muss ja hier ein bisschen das Ganze staffeln. Gut, Leute. So, jetzt kommen wir mal zu einem Intro, das sich ein bisschen von dem bisherigen unterscheidet. Insbesondere von den letzten beiden. Denn zum ersten Mal beginnt ein Harry Potter-Film nicht im Ligusterweg, sondern in Little Hangleton. Genauer gesagt beim Haus der Riddles. Und ja, auch ein ganz anderer Charakter wird als erstes gezeigt. Nämlich der Hausmeister des Hauses der Riddles, Frank Bryce. Und der sieht plötzlich in seinem Haus, während er sich Tee macht, dass in dem Nachbarhaus, also sprich in dem Haus der Riddles, Licht brennt. Und er fragt sich natürlich, wer ist da drin, weil eigentlich steht es leer. Und denkt sich, zumindest wird es im Buch klar, dass da wieder irgendwelche Jugendlichen eingebrochen sind. Ich glaube, im Film sagt er ja auch nochmal, diese verdammten Bengel. Genau, er sagt die verdammten Bengel. Und geht dann selber dorthin. Wobei mir gerade einfällt, jetzt habe ich ganz toll diese Szene erklärt, aber es ist ja nicht mal das richtige Intro. Guck, da bin ich jetzt selber durcheinander gekommen, durch das Bild. Es fängt ja tatsächlich an mit Nagini, die durch den Friedhof schlängelt. Also ein mega, mega düsteres Intro, muss man sagen. Auch da dieser... Ich finde sowieso, der vierte Teil stellt so einen neuen Weg für die Harry Potter Filme dar. Also schlägt eine neue Richtung ein. Von, ja, eher Kinderfilmen. Gut, der dritte Teil war hin und wieder vielleicht auch ein bisschen düsterer. Aber der vierte Teil geht da in eine ganz andere Richtung. Und macht ganz deutlich, jo, jetzt ist die entspannte Zeit für Harry vorbei. Denn, ich meine, diese Schlange, wie sie aus einem Totenkopf gleitet, über den Friedhof. Dann sieht man diese Grabsteine überall. Und man denkt sich, alles klar. Im letzten Film waren da noch süße Hippogreife und Hauselfen. Und jetzt geht es hier um Friedhöfe, Riesenschlangen und Totenköpfe. Äh, ja, hat auf jeden Fall eine Wirkung erzielt. Deswegen mag ich das Intro vom vierten Teil eigentlich auch sehr. Und würde sagen, ja, okay, jetzt habe ich Bock auf den Film. Kommen wir dann jetzt mal zum fünften Teil. Harry Potter und der Orden des Phönix. Die Anfangsszene beginnt an einem unglaublich sonnigen Tag. Im Buch war davon die Rede, dass, äh, ja, der Sommer richtig Einzug gehalten hat. Die Temperaturen extrem hoch gestiegen sind. Die Leute alle am Schwitzen und am Japsen waren. Und das macht auch der Radiomoderator deutlich, den man im Hintergrund am Anfang hört. Und wir sehen Harry, wie er auf einem Spielplatz sitzt, beziehungsweise genauer gesagt auf einer Schaukel. Chillt er so sein Leben, liest Zeitungen, also den Tagespropheten. Und auf einmal kommt Dudley mit seiner Clique vorbei und triezt Harry. Ja, Dudley selber scheint nicht so wirklich dahinter zu stehen. Der weiß ja genau, dass Harry magische Kräfte hat und hat eine gewisse Form von Respekt ihm gegenüber bekommen. Also zumindest ein bisschen Angst vielleicht. Und, äh, ja, Harry lässt das nicht lange auf sich sitzen, zieht seinen Zauberstab und plötzlich kehrt ein riesen Sturm auf. Wir sehen, wie Harry und Dudley unter eine Brücke in einen Untergrund-Dingsbums da laufen. Und von Dementoren angegriffen werden. Leute, das war ein so geiles Intro, weil es fing an mit einem wunderschönen, sonnigen Tag. Und endete mit Regen, Gewitter, Dunkelheit und Dementoren. Dieser Kontrast im Intro von hell, schön und lebensfroh zu dunkel, trostlos und traurig war so genial. Und das in einem einzigen Intro zusammengefasst, hat so Bock auf den Film gemacht. Dann muss ich ehrlich sagen, Teil 5 hat eines der aller, aller besten Intros. Ich bin nur am überlegen, ob ich es schon ganz nach oben packen würde. Aber doch, ich glaube schon. Ja, ich packe es nach ganz oben. So, jetzt kommen wir zu meinem persönlichen, ja, Geheimfavoriten will ich noch gar nicht sagen. Dafür muss ich mir die anderen beiden Intros nochmal vor das geistige Auge führen. Aber Harry Potter und der Halbblutprinz hatte auch ein unglaublich legendäres Intro. Es beginnt mit der Endszene von Teil 5, wo Harry in der Mysteriumsabteilung mit Dumbledore steht, von ganz vielen Reportern fotografiert wird und man sieht ihm diese pure Traurigkeit an, weil ja kurz zuvor Sirius Black getötet wurde. Ja, ich fand es auch sehr rührend, wie Dumbledore dann seine Hand um ihn legt und ihn an sich randrückt und ja, schon fast so eine Art Vaterfigur in dem Moment war. Also all das untermalt von einem unglaublich schönen Soundtrack. Also das war hochgradig episch. Also ich habe absolute Gänsehaut bekommen. Und dann wird diese Szene direkt fortgeführt mit einem Angriff der Todesser auf die Muggelwelt, wo dann die Millennium Bridge gesprengt wurde oder kaputt gemacht wurde. Also wirklich der sechste Teil ist auch einer meiner absoluten Favoriten, was Intros anbelangt. Ich packe es auch zu. Direkt Gänsehaut. Dies sind dunkle Zeiten. Es lässt sich nicht leugnen. Unsere Welt war vermutlich noch nie einer größeren Bedrohung ausgesetzt als heute. Doch ich richte meine deutlichen Worte an alle Bürger. Wir, die wir in immer die... So oder so ähnlich, glaube ich. Ja, ich wollte nur flexen, dass ich das noch kann. Ja, Rufus Grimger spricht vor den Reportern. Die dunkelste aller dunkelsten Momente ist angebrochen. Das Zauberreiministerium steht im Krieg mit Voldemort. Und er versucht da ein bisschen, ja, Mut zu generieren und dem Volk quasi gut zuzureden. Ja, kann man so beschreiben. Ich fand es an sich... Also es war einfach, das Intro. Es war sehr einfach, weil man ja quasi nur sein Gesicht in Nahaufnahme sah. Aber er hatte in seiner Stimme so eine Kraft und so einen Ausdruck, dass es irgendwie auch schon wieder Gänsehaut ausgelöst hat. Aber ich würde es jetzt definitiv nicht ganz nach oben packen. Jetzt hält mir gerade auf, das letzte muss ja eigentlich noch eingesetzt werden, weil das schlechteste Intro eines HP-Films heißt ja nicht, dass es konsequent schlecht ist, sondern nur, dass es schlechter ist als alle anderen Intros, die dann sonst noch vorhanden sind. Das hätte ich vielleicht berücksichtigen sollen bei meiner Bewertung. Ich packe das jetzt aber zu... Naja, ist ja nur der Anfang. Ja, ich doch... Ja, ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum allerletzten Intro Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Part 2. Ich muss sagen, ich kann es verstehen, warum das Intro so war, wie es war. Wir sehen nämlich Voldemort, wie er wieder den Elderstab grabbt, den er ja schon am Ende des 7.1-Films von Dumbledore gestohlen hat. Also doch kann man ja schon so sagen, ne? Die Szene wiederholt sich mehr oder weniger eigentlich nur. Man sieht Voldemort wieder diesen gigantischen Lichtblitz in den Himmel schießen. Ich kann sagen, wenn es jetzt ein ganz anderer Teil gewesen wäre, hätte ich es ein bisschen lähm gefunden, weil die Szene war ja, soweit ich weiß, fast ganz 1 zu 1 wie zum vorherigen Teil. Aber es hat ja irgendwo Sinn gemacht, weil 7.1, 7.2, die beiden Filme hängen nun mal zusammen. Es sind beides Teil 7 Filme. Und da fand ich es eigentlich sinnvoll und auch richtig, dass diese beiden, also dass das Ende vom 7.1 und dem Anfang von 7.2 so direkt miteinander in Verbindung stand und das nochmal gezeigt. Das war wie so ein, was bisher geschah, wenn man es so sehen möchte. Deswegen will ich da gar nichts zu sagen. Ich packe es, ich glaube aber, ich würde es doch hier reinpacken, weil von allen Intros finde ich es dann doch am schwächsten. Ja. Gut, Leute, ich habe jetzt meine Intros hier soweit einsortiert. Mir ist nur eine Sache gerade eingefallen, die ich in Bezug auf Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Part 1 nicht erwähnt habe. Denn das Ganze am Anfang, also es war ja nicht nur Scrimge am Anfang, sondern es ging ja auch damit weiter, und das würde ich auch noch zum Intro zählen, wie Hermine ihre Eltern obliviiert hat und Ron und Harry auch noch bei ihren Familien waren und dabei natürlich dieser unglaublich wunderschöne Soundtrack. Ich glaube, Lily's Theme oder Hedwig's Theme war das, glaube ich. Nee, Lily's Theme, was labere ich? Ja, ja, ich meine schon. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja, das war natürlich mega cool. Deswegen eigentlich ist es doch, ich ändere diese Bewertung nochmal und ich packe es doch nach oben. Ich muss es einfach ändern. Das ist jetzt ein krasser Switch hier, aber wenn man diese Szene mit einberechnet, dann muss das einfach so einsortiert werden. Okay, Leute, dann würde ich das Ganze jetzt so belassen. Ich bin mal gespannt, wie ihr das Ganze hier bewerten werdet, wie eure Tierlist dazu aussieht und lasst mir mal unbedingt eure Meinung zu meiner Einordnung da. Würdet ihr die teilen? Findet ihr die komplett weird? Oder würdet ihr gewisse Teile ganz woanders sehen? Ich bin sehr gespannt. Lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die heutige Tierlist-Folge gefallen hat. Gerne auch ein Abo auf meinem Logo und dann sehen wir uns hoffentlich wieder zum nächsten Video. Ich freue mich sehr auf euch alle. Haltet die Ohren steif und bis dann. Tschau, Leute.